Soldat Ludwig Hafke, du warst verantwortlich für Gebiet 7, richtig? Das trifft zu, Herr Feldwebel. Ich habe Buch geführt und alles eingetragen. 1.200 Minen wurden vergraben, 1.200 Minen wurden gefunden, entschärft und eingetragen, Herr Feldwebel. Aber in Wirklichkeit hast du falsch gezählt, nicht wahr? Nein, Herr Feldwebel. Ich habe alles nochmal nachgezählt, um sicher zu gehen. 1.200 Minen wurden vergraben, 1.200 Minen wurden hervorgerholt. 2.300 Minen wurden vergraben, 3.300 Minen wurden vergraben, 13.400 Minen wurden forkert, 1.300 Minen wurden vergraben. Holt den Ball, 1.400 Minen wurde vergraben, 3.700 Minen wird vergraben. Wie ein Hund, mit dem Mund. Liturgut anbrochen, 1.400 Minen wurde vergraben, 2. mph, 3.600 Minen wurde vergraben. Egal, 1.300 Minen, 6.200 Minen unbedingt vergraben, 3. Assessment. Sehr brav Cloud. Hol den Ball, 10.000 Minen. Ohne Hände. Mit dem Mund. Braver Hund. Ja. Braver Hund. Guter Hund. Braver Hund. Sitz. Bellen. Bellen. Wof, Herr Feldwebe. Was? Wof. Lauter. Wof. Bellen. Wof. Lauter. Wof. Willst du was sagen? Willst du was sagen? Willst du was sagen? Du vielleicht. Was? Herr Feldwebel, bitte hören Sie auf. Idiot. Die sind alle Idioten. Die sind ein Haufen von deutschen Vollidioten. Weißt ihr das? Alle von euch. Wie kann ich garantieren, dass das transsicher ist? Sag mir das. Herr Feldwebel, wir können nachzählen. Nachbriefen, ob die Zahlen stimmen. Ob die Zahlen stimmen? Was nützt die Zahlen noch jetzt? Hä? Sag doch. Was nützt die? Hä? Kannst du garantieren, dass das transsicher ist? Kannst du das? Nein, Herr Feldwebel. Dann hau ich Schnauze! Ich war zu freundlich zu euch. Ich war zu freundlich zu euch.